Dann heißt es weiter in Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer sich das Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meine zu bilden, der wird es finden. Und eine mentale Übung, die ich immer wieder durchgegangen bin und auch hin und wieder immer noch durchgehe, ist, dass ich mir einfach vorstelle, was wäre, wenn ich dieses oder jenes oder diese Person oder jede Person aufgeben müsste, verlassen müsste, um Jesus nachzufolgen. Werde ich das machen oder nicht? Und das kann eine schmerzhafte Übung sein, aber du solltest diese mentale Übung durchgehen. Was wäre, wenn Jesus mich woanders haben will? Wenn ich vielleicht sogar mein Land auf einmal verlassen muss von heute auf morgen? Kann ich das tun? Kann ich mein Haus zurücklassen? Mein Auto zurücklassen? Kann ich Freunde zurücklassen? Kann ich Familie zurücklassen? Und das kann ein bisschen wehtun, darüber nachzudenken. Aber du musst durch diese Übung gehen, du musst dir das vor Augen halten, dass du dann im Zweifelsfall bereit bist, den richtigen Schritt zu gehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.